Hallo Leute, hier ist wieder Sawyer für euch mit einem neuen Voice-Over, einem neuen Lore-Makers-Guide to the Galaxy und diesmal stellt uns Adam Wiesener das Nexus-System vor. Das Nexus-System ist insbesondere für die Outlaws unter euch ein sehr, sehr spannendes System und er wird also uns jetzt gleich einige Details dazu verraten, wie hier quasi die Gesetzestreuen gegen die Outlaws und die Gesetzlosen kämpfen und wie sich auch die Geschichte des Systems insgesamt entwickelt hat und dafür schauen wir uns jetzt als allererstes mal das System zusammen an. Wir reisen also mit Adam von der Erde hier zum Nexus-System. Das Nexus-System übrigens hat insgesamt vier Jump Points, da kommen wir dann auch nochmal zu. Und ja, hat insgesamt fünf Planeten, also ist ein Fünf-Planeten-System mit einem Asteroidengürtel, der sich zwischen Nexus 3 und Nexus 4 entlang zieht. Und außerdem einem, ja, Type A, also Typ A Main Sequence Star. Das heißt, der Stern in der Mitte ist also von blau-weißer Färbung und etwa 1,8 Mal größer als die Sonne in unserem Sternensystem. Das Ganze gibt eine sehr, sehr schöne Färbung für das System und man kann also sagen, dass Nexus 2 jetzt als erstes herausgepickt wird von Adam, weil er daran so ein bisschen auch die Geschichte erzählen will, wie hier alles so zusammenhängt. Er macht wieder mal einen seiner kleinen erzählerischen Ausflüge und dem will ich sehr gerne folgen. Der Nexus 2 ist ein terrestrischer Smog-Planet, das heißt ein Planet, der im Grunde nicht bewohnbar ist, sondern nur einen sehr, sehr interessanten Glanz ausstrahlt. Den Glanz deshalb, weil er ganz besondere Aerosole in seiner Atmosphäre hat. Aerosole kennt man auch hier natürlich von unserer Atmosphäre. Das sind ja Luft- und Feuchtigkeitspartikelchen, die insbesondere in Nebeln oder auch bei Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen eben auch bestimmte Lichtreflexe auslösen. Das hat eben Nexus 2 an sich, dass er so einen bestimmten Glanz in diesem Licht von dem blau-weißen Planeten abgibt. Und der hat außerdem eine sehr, sehr große Bedeutung in der Geschichte, die Adam Wiesner uns jetzt über dieses System erzählen will. Und zwar geht das insbesondere zurück auf das Jahr, was vor dem Jahr 2930 war. Offiziell in diesem Jahr 2930 war das Nexus-System ein UEE-System, allerdings mit extremer Piratenkontrolle. Im Grunde genommen hatte die UEE nicht wirklich eine Kontrolle über das System. Und das änderte sich in diesem Jahr 2930 mit Keller's Run. Das ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte aus der Star Citizen, ja aus dem Star Citizen Epos, möchte man sagen. Und zwar Keller war ein sehr, sehr, Dean Keller war ein sehr, sehr bekannter, berüchtigter Pirat und Outlaw. Also nicht nur Pirat, sondern eben auch ein tatsächlich Schmuggler und hat sich in all diesen Dingen sehr, sehr gut getan. Und der erschoss in Cathcart, also im Nachbarsystem davon, erschoss er einen Undercover-Agent der UEE Advocacy. Also er hat tatsächlich einen zivilen Ermittler erschossen, der ihm auf den Fersen war. Und darauf folgte eine fünfteilige Flucht durch verschiedene Systeme. Also durch fünf verschiedene Systeme hat ihn die Advocacy dann verfolgt, bis es dann nach Nexus ging. Und in Nexus landete er dann. Und während nun die UEE Advocacy dachte, sie haben ihn jetzt und können ihn jetzt endlich festnehmen und haben ihn eingekesselt, merkten sie, dass das ganze System sich auf einmal gegen sie auflehnt. Also mehrere Clans haben auf einmal angefangen, die UEE anzugreifen. So weit, bis es tatsächlich nicht mal die UEE war, die noch an den Keller herangekommen ist, sondern eine Zivilistin namens Anna Flynn, die hat ihn dann schließlich erwischt. Und man fragt sich daher, woher kommt das, dass Nexus so ein, ja, Piraten-beliebtes Gebiet ist. Nexus ist auch zur heutigen Zeit immer noch ein Hort der Piraterie, könnte man sagen. Und da fragt man sich, warum. Nun, es liegt daran, dass erstmal Nexus vier verschiedene Jump Points hat, von denen aber drei in Unclaimed Systems gehen. Das heißt, in Systeme, die nicht offiziell zur UEE gehören und wo demnach auch eine UEE-Kontrolle sehr, sehr schwierig ist. Das sind also naturgemäß Gebiete, wo sich Outlaws gerne aufhalten. Und es gibt sogar Gerüchte, dass zu dieser Zeit, 2930, wo die UEE dann wieder verstärkt in Nexus versucht hat, aufzuräumen von der Piraterie, dass es dort Bestrebungen einer Rebellion gab, eines Aufstandes gegen die UEE, beziehungsweise vor allem, ja, der Erklärung der Unabhängigkeit eines eigenen Staates innerhalb dieses Clusters von Systemen, die eben unclaimed sind. Und das wollte die UEE natürlich verhindern und ist dagegen gegangen, weshalb sich auch erklärt, dass sie nach dem Zwischenfall von Keller-Schwan, wo es ihnen nochmal deutlich vor Augen geführt wurde, wie wenig Kontrolle die Advocacy hier hat, sie ihre Präsenz dann verstärkt haben. Und das hängt dann eben von Anfang an mit der Entdeckung des Systems zusammen. Das wurde nämlich entdeckt im Jahr 2445 von einem UEE-Navy-Pilot aus Cathcart, der also direkt aus dem Nachbarsystem Cathcart rüberkam. Und das ist interessant deshalb, weil Cathcart zu dieser Zeit der Entdeckung nämlich militärisches Sperrgebiet war. Das heißt, dort kam eigentlich niemand anderes hin und dementsprechend wurde auch niemand am Anfang informiert, dass es überhaupt dieses Nexus-System gibt. Es hatte am Anfang gar keinen Namen, sondern war tatsächlich nur unter seiner eigenen Bezeichnung bekannt. Und deshalb wurde auch entschlossen, dass es sich erstmal hier um eine Alleinnutzung durch die UEE handelt. Das heißt, da sowieso niemand in dieses System rein durfte, weil der einzige bekannte Jump Point noch durch ein militärisches Sperrgebiet führte, hat die UEE beschlossen, es von Anfang an direkt selbst zu nutzen und eben direkt niemand anderes in dieses System zuzulassen. Und da haben sie sich also die verschiedenen Planeten angeguckt und welche Möglichkeiten sich dafür bieten. Sie haben auf Nexus 3, dem einzigen bewohnbaren Planeten, ihr Lager aufgeschlagen. Naturgemäß war das dann automatisch ihre Basis. Dann haben sie in Lago Ressourcen versucht auszubeuten und diesen Planeten sozusagen zu einem Terraforming-Experiment auch gebracht, um das noch besser tun zu können. Und ja, Nexus 2 haben sie tatsächlich auch versucht zu terraformen. Dieser Planet ist deshalb auch besonders nicht nur wegen seiner schönen Aerosole, sondern weil er eine Stickstoffatmosphäre hat, was relativ selten ist unter Planeten. Und deshalb hat man versucht, sich das nutzbar zu machen und hat aber den Plan dann relativ schnell verwerfen müssen, weil dieses Terraforming hier überhaupt nicht möglich war. Und stattdessen hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Also diese ganze Ausgaben, die man in Nexus hatte, ohne einen bedeutenden Output wirklich, weil die richtige effektive Mining, dafür war das UEE-Militär alleine nicht in der Lage, zumal keine Zivilisten reingelassen werden durften. Und deshalb gab es jede Menge Kosten und die wissenschaftliche Seite hat dann irgendwann nicht mehr überwogen. Und so wurde das Nexus-System verkauft. Und es wurde tatsächlich auch direkt angeboten und eine Corporation verkauft, nämlich die Heather Group. Später wurde das nochmal gemacht übrigens beim Stanton-System. Da hat man allerdings ein bisschen daraus gelernt und hat die einzelnen Planeten verkauft und nicht das gesamte System. Hier hat sich also die Heather Group dann niedergelassen, hat dann die alten Basen auf Nexus 3 übernommen und hat dann von dort aus angefangen, das gesamte Nexus-System für sich einzunehmen und Raubbau zu betreiben. Anders kann man es nicht nennen. Sie haben als größte Mining Corporation sehr, sehr gute Profite damit gemacht, aber eben auf Kosten des gesamten Systems. Das heißt, überall auf Lago, im Asteroidengürtel oder auch selbst auf dem Planeten Nexus 3 haben sie ihre Spuren hinterlassen und haben ausgebeutet, was sie eben konnten an der Stelle und sind von dort aus sozusagen dann aber recht wohlhabend geworden. Das lässt sich auch ganz gut erklären, denn schließlich musste sich die Heather Group keinerlei sorgen um zivile Infrastrukturen, den Aufbau eines Handelssystems, eines eigenen Wirtschaftskreislaufes und natürlich auch Gesetzgebung machen, sondern war tatsächlich nur damit beschäftigt, hier die Ressourcen auszubeuten. Und selbstverständlich auch mit den ganzen Bergleuten kamen jede Menge Leute aus den anderen Systemen, die denen wiederum die Services angeboten haben, die sie brauchen, wie Glücksspiel und ähnliches. Und als dann Cathcart auch noch aufgegeben wurde von der UEI selbst, weil sie das System nicht länger brauchten, verfiel es komplett an Outlaw-Fraktionen und an die Piraten, was natürlich dann die Dichte auch noch in Nexus erhöhte. Das bedeutet, Nexus wurde dann auf einmal zu einem System, wo sich dann Piraten mit Minern, mit Outlaws und anderen schattigen Gesellen irgendwo betranken, Glücksspiel machten und eben alles Mögliche an Services angeboten wurde, sodass hier insgesamt die Kriminalität anstieg. Und als dann schließlich im Jahr 2672 die Heather Group entschied, wir brauchen dieses System auch nicht mehr, wir haben alles Wichtigste rausgeholt. Und tatsächlich war es dann soweit schon, dass die Überfälle auf die eigenen Konvois der Heather Group so stark wurden durch die Piraten unten herum, dass sich die Profite nicht mehr so gerechnet haben. Das heißt, es wurde ganz klar, dass sie mehr Geld dafür ausgaben, das alles am Laufen zu halten, als die Ressourcen, die dann endlich rauskamen, mit der Bewachung, die sie brauchten, wirklich ins Spiel zu bringen. Und damit haben sie sich dann entschieden, komplett sich zurückzuziehen. Und somit verfiel das ganze Nexus-System endgültig auch an die Piraten beziehungsweise an dann entsprechende Clans und Outlaw-Strukturen, die sich dann dort breitmachten. Und tatsächlich dann wieder anfingen, auch ihre eigenen kleinen Infrastrukturen zu errichten. Bis eben zu dem Punkt 2930, als durch Keller's Run dann die UII wieder sich in dieses System drängte, wieder versucht hat, ja, einen Stand dort drin zu erfassen. Man kann schon fast sagen, versucht hat, einen Brückenkopf zu bilden. Und ja, damit gucken wir uns jetzt das System etwas genauer an, auf die einzelnen Planeten bezogen. Nexus 1 ist ein Protoplanet, ein Felsplanet, der gut untersucht wurde von der Heather Group und dementsprechend jetzt auch tatsächlich uninteressant ist für alles Weitere, keine wichtigen Ressourcen hat und dementsprechend ja für die Planetenkunde nicht weiter wichtig. Nexus 2 ist bekannt. Das ist der nicht bewohnbare Smog-Planet mit seiner interessanten, aber für die Nutzung sinnlosen Atmosphäre. Und Nexus 3 ist inzwischen heutzutage ein Planet, der zurückerobert wurde von der UII. Das heißt, die Piraten-Sammlungen, Festungen, die sich dort befanden als Überbleibsel der Heather Group, wurden dort inzwischen vertrieben. Und inzwischen ist der gesamte Planet militärisches Sperrgebiet. Also Vorsicht, ihr dürft diesen Planet nicht anfliegen. Es sei denn, ihr habt eben diese Sondererlaubnis, die Clarification Codes, wie Adam Wiesner sie nennt, damit ihr dort landen könnt. Ansonsten werden die euch sehr schnell vertreiben und notfalls auch mit Waffengewalt. Die UII hat den gesamten Planeten zu einem Sperrgebiet erklärt und dementsprechend würde ich euch nicht empfehlen, sich diesem zu nähern. Es sei denn, ihr habt tatsächlich einen Auftrag, der diesbezüglich aussieht. Und von daher ist dieser Planet für unsere sonstigen Zwecke leider erst mal uninteressant. Von dort aus steuert natürlich die UII alle Aktivitäten hier und hat eben auch zum Beispiel die Kontrolle über den Asteroidengürtel. Der Asteroidengürtel, der relativ nah bei Nexus 3 liegt, ist natürlich beliebtes Ziel für Piraten, aber war auch übrigens der Ort von einem interessanten Zwischenfall aus Keller's Run. Auf dieser Flucht versteckte er nicht Keller, nämlich in einem dieser Asteroiden, um sein Raumschiff zu reparieren. Wurde dann von Kopfgeldjäger gefunden und während sie noch verhandelten, hat er sich im IWA in das Raumschiff von jemandem geschlichen und ist dann mit dessen Raumschiff abgehauen, hat die anderen tatsächlich vorher noch unter Feuer genommen und aus dem Weltraum gepustet und hat dann seine Flucht fortgesetzt, bis er dann irgendwann von der jungen Dame Anna Flynn erwischt wurde. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, die sich mit diesem Asteroidengürtel zusammenhängt. Und heutzutage eben ist der Asteroidengürtel relativ wenig von und wenig Interesse. Aber nach den neuesten Forschungsergebnissen finden sich tatsächlich nicht noch vereinzelte Pockets, also so kleine Adern von interessanten oder wertvollen Mineralien. Und auch das war so ein Gerücht, was aufkam, als die UEI Nexus wieder aufgenommen hat in ihre Reihe und versuchte, die Kontrolle zurückzugewinnen, dass sie jetzt eine Möglichkeit suchen, sich diese Schätze unter den Nagel zu reißen. Das heißt, das, was die Heather Group vor mehreren hundert Jahren nicht gefunden hat, das könnte jetzt gefunden werden durch moderne Technologien. Das wird man sehen. Dann haben wir noch Lago, das ist Nexus 4. Dieser Planet hat seinen Namen übrigens aus einem Video beziehungsweise aus einem Film aus dem 26. Jahrhundert, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Dort ging es um einen eben besonders interessanten Piraten, sondern die Geschichte, die Story eines sehr, sehr spannenden und unterhaltsamen Wohlpiraten. Und deshalb wurde in dieser Piratenhochzeit hier in Nexus wurde dieser Planet so genannt. Und die UEI konnte bisher sich nicht durchsetzen und einen anderen Namen finden. Das heißt, Lago ist nach wie vor Lago und nach wie vor auch jetzt Hauptkampfgebiet von der Schlacht UEI gegen Piraten innerhalb dieses Systemes. Denn Lago ist, wie gesagt, ein Planet, der auch an sich bewohnbar ist, aber der vor allem sehr gelitten hat unter dem Mining, was die dort betrieben haben, die Heather Group. Und nach wie vor ist dieser ganze Planet im Grunde genommen zerlöchert wie ein Schweizer Käse voller Tunnelnetzwerke und alter, verlassener Mining Facilities. Und das bietet sich hervorragend an für die Piratenclans, um immer wieder irgendwo ein Gebiet zu gewinnen oder dann auch an die UEI zu verlieren und vor allem sich zu verstecken. Währenddessen die UEI versucht, sie einfach auszusiedeln, indem sie ihre eigenen Leute in sehr, sehr großen Festungen dort ansiedelt. Das heißt, man darf Lago besuchen. Dort leben inzwischen viele Angehörige von den UEI-Familien, aber die Raumhäfen sind eher klein, die Städte sind eher klein. Man findet zwar das Nötigste, also sie haben auch ein Kasabra-Outlet, sagt er, und auch diese einfachsten Shops, aber es ist nicht sehr luxuriös und vor allem sehen sie alle aus wie eine Bastion, also sind sehr gerüstet gegen Piratenangriffe aus der Luft und vom Boden. Und deshalb gibt er auch den Tipp, wenn man ein sehr abenteuerlustiger Händler ist, dann sollte man dorthin fliegen. Man kann bestimmt zu einem guten Preis Waren verkaufen und man muss nur mit Piratenangriffen rechnen. Wir gehen noch zum letzten Planeten, das ist der Red God. Er meint, das ist absolut nicht maßstabsgerecht. Er ist nämlich eigentlich riesengroß. Es ist ein Gasplanet, der deshalb diesen Namen trägt, weil es der Geschichte nach heißt, dass ein Piratenclan, ein besonders spiritueller Piratenclan, diesen tatsächlich vor Hunderten von Jahren mal verehrt hat, als den Roten Gott eben und tatsächlich ihr Wohl und Wehe von dem Stand dieses Planeten abhängig gemacht haben. Und obwohl jetzt lange nichts mehr von diesem Piratenclan zu hören ist, hat er diesen Namen behalten und ist dementsprechend jetzt The Red God, der am weitesten entfernte Planet von dem Stern Nexus. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, Adam hier zuzuhören und euch das ein bisschen zu übersetzen. Wir freuen uns sehr sehr, wenn ihr unseren Channel abonniert, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn es euch gefällt, uns als YouTube-Creator zu unterstützen, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Bis dahin, Sawyer out.